das war glaube ich vor einem halben jahr ich habe im november habe ich wieder angefangen mit 17.000 könnten auch 15.000 waren zerbrechliche fracht hochwertige fracht wichtige lieferung das ist aber dringende lieferung das würde sogar wissen mp geben am lager sie kriegen und dann richtig gute sachen habe ich nach colorado fahren ja komm mal was für 17.000 was gibt es denn bei dir so neues war das mit dem vertrag habe ich dir geschickt hat ich guck sofort ja du hast schon lange fest irgendwo eine blaue warnleuchte dann haben wir gar nicht muss man kurz gucken wo müssen wir denn hier rum ist sicher nichts ein einrichter beziehungsweise mein vorarbeiter ich weiß ich will wie das genau jetzt da heißt der wusste das schon seit wochen er wusste das schon wesentlich länger nur er durfte halt nichts sagen er sagt aber ich habe extra einen wink mit dem zahnfall gemacht damit du da dir keine sorgen machen muss ja muss gleich mal den spügel einstellen damit ich das äußere weit genug sehr genau deswegen ja du er sucht hat nichts sagen und ich hatte ja davor die woche nachtschicht und hat noch gesagt ja mal gucken wenn es kommt dann bin ich weg ich komme noch nicht rum ich kann es auch verstehen dass er nichts sagen darf erzählt mir schon sagen wir mal vieles wo wir drüber sprechen außer privater sache unterhalten uns sehr viel drüber und da kann ich natürlich auch verstehen weil die natürlich davon ausgehen ihr kriegt der weiß dass der festvertrag richter list nach mit der leistung und ich habe zu ihm gesagt guck mal in der zeit wo ich jetzt hier bin habe ich nicht einmal nachgelassen mit überhaupt irgendwas klar wo ich habe weniger stunden öfters früher gegangen aber ansonsten habe ich immer eine leistung gebracht ach ich krieg's kotzen hier mit den anhängern nein würde ich nicht machen ich den scheiß lkw hier nicht raus aber die leute alle blau machen das ist auch kein wunder dass die leute blau machen wenn du doch gekündigt wird warum willst du dann bei der firma bleiben ja aber die leute sind nun mal so warum soll ich meine zeit meinen arbeitgeber verschenken wenn ich krank machen kann und mir einen neuen job suchen kann ich habe damals auch komplett durchgezogen hätten die mich nicht behalten hätte ich auch komplett durchgezogen ja weil ich mit denen auch keinen streit hat oder sonst irgendwas ich krieg's kotzen mit so einem anhänger weißt du ich hasse solche aufträge so stellt man den hier hin wo du den sowieso nicht raus bekommst alles für die kohlen nur alles für die kohlen wiege nach links ab und jetzt kommt der witz an der sache die haben so viel arbeit dass die leute unbedingt brauchen es kommen auch wohl neue leiharbeiter und jetzt ein arbeitskollege den ich ja mal mitnehmen der hat sich nicht einmal bei der firma beworben nicht einmal weil er keinen bock drauf hatte weil er sein studium macht jetzt mal kurz hier kann ich da ausmachen auf jeden fall der hat sich nicht einmal beworben jetzt war der mittwoch oben beim ja ich weiß nicht welche positionen der mann hat auf jeden fall war er da oben und der sagt dann zu ihm sie haben jetzt zwei möglichkeiten die erste ist wir bieten ihnen einen vertrag an dass sie bei uns bleiben die zweite ist sie haben am freitag ihren letzten tag jetzt sehe ich die ampel nicht toll weil nämlich er drei jahre jetzt da ist als leiharbeiter und die dürfen die leiharbeiter maximal 36 monate beschäftigen danach müssen die entweder übernommen werden oder die werden abgemeldet und daher einer ist der wirklich arbeiten kann so wie ich auch hat er dann gesagt ja dann bleibe ich halt hier aber er hat dann aber auch im atemzug zu uns gesagt also zu uns unter arbeitskollegen gesagt von von denen die das wissen dass er erst mal so lange bleibt bis er sein studium fertig hat und dann wenn er immer was anderes findet wird er auf jeden fall gehen weil mit der abgeschlossenen mit dem abgeschlossenen studium wird er wesentlich mehr geld verdient als das was er jetzt kriegt du bist du jetzt gerade in die karre gefahren oder was bist du behindert oder so um solche leute was willst du denn gleich machen willst du gleich auch wir haben ja schon 19 uhr sehe ich gerade aber schon kurz noch sechs willst du gleich sofort direkt machen oder willst du mein kraft machen sich die ampel schon wieder nicht also mir ist es auch egal wie sieht das bei dir mit morgen aus willst du den anfang morgens zu streamen da wann wann willst du denn oder wann hast du denn morgen zeit das sonst würde ich sagen machen wir gleich so vor ist und man könnte ja morgen zu zwei stunden mein kopf machen wenn du lust hast und dann kannst du ja dann ich weiß ja ich weiß nicht wann du abends ist ja denke mal auch so um halb sieben circa stimmen wir gerade die so die zeit Dann könnte man morgen nicht mal eine runde mein kopf machen wenn du bock hast und dann könnten wir dann kann ich nämlich warum weiterspielen danach 19 uhr start ja also wie gesagt wenn du zeit hast und lust hast können wir morgen gerne so eine stunde zwei machen ja aber ich sehe meine ampel nicht ja gut dann entscheiden wir das morgen ich muss mal mein kopf wieder updaten den launcher ansonsten müsste ich gucken sonst war ich selber ist ja noch offener müsste ich mal gucken sonst war ich morgen das haus dann fertig und bahn und bahn und ein paar sachen rein als du morgen keine zeit hast dann würde ich nämlich sagen können um sieben so vor ist machen also wenn ich die tür bis in sieben uhr fertig habe dann würde ich das nämlich so machen dass wir da bei so vor ist eine base bauen da wo wir jetzt sind dass wir eine zweite verteidigungsmöglichkeit haben sollte anderen sein ok ich lasse mir sogar so zeit ich kann sogar so nicht so schnell fahren das ist ein schwert transport da ist nicht viel mit schnell fahren wir haben jetzt noch sechs stunden vor uns da ist nicht so viel mit schnell fahren das ist ekelhaft wenn der energie trinkt die brust runterläuft ich kann meine brusthaare fliegen das ist ja nicht mein eigener lkw das ist ja nicht mein eigener lkw da kann ich auch nichts für Weißt du, wir brauchen nicht mehr Power, wir brauchen mehr Power Polar. Power Polar ist am Arbeiten heute. Ich weiß nicht, was der arbeitet. Ich hab den nie gefragt, was der arbeitet. Ich denke, der war im Einzelhandel. Ist es im Einzelhandel? Wenn wir mit Petra weiterspielen, weiß ich auch noch nicht. Ich werde das Spiel erst mal runterschmeißen. Left 4 Dead. Da brauchen wir erst mal nicht weitermachen. Da kann ich den Platz nämlich sparen. Du hast jetzt eigentlich neue Form God of War aufgenommen. Ja, die war schon länger nicht mehr da. Das war, ob ich es angeschrieben habe, weil ich letzte Woche sagte, sagte sie mir, ihr geht's nicht allzu gut. Ein paar Aufhörer, muss nur schneiden. Also wieder drei Stunden Aufnahme und hast dann quasi zwei Videos. Müsst ihr dann mal gucken, wenn du, wann haben wir morgens Streamstart? Du hast das doch eingeschrieben mit der Zeit. Ah, okay. Ich muss gar nicht mal gucken. Achso. Müssen wir mal gucken. Ja, da könntest du was ja nie machen, aber da kann ich jetzt nicht drauf zugreifen. Ja. Fahrzeug wiegestation, willst du mich verarschen? Ich ist schon schwer genug, mit diesem Fahrzeug wiegen wohin zu kommen. Aber Togo, gibt es eine Möglichkeit bei Spotify die Musik, also die ganzen Playlists von Streambeats in eine zu packen? Weißt du das zufällig, ob das irgendwie geht? Du benutzt es ja schon ein bisschen länger als ich. Ja, morgen bin ich ja auch da, dann kann ich dich ja abfeuern. Nicht sterben, nicht sterben, Togo, nicht sterben. Ach Togo, nicht sterben, haben wir doch gesagt. Musst du leider alle... Oh, nee. Alle Lisa manuell zufügen. Habe ich dann keine Lust zu. Das ist viel zu viel Arbeit. Das sind ja massenweise, ich wollte nämlich alle Lieder von den Playlisten, die da sind, in eine Playlist packen. Und dann kann ich die so ein bisschen durchlaufen lassen. Hat auch schon was gesucht, nach so Sachen wie OPS und sowas. Dass man die Lieder zumindest im Stream sieht, welches gerade läuft. Aber ich habe da nichts gefunden. Oder so ein Cooldown für einen Streamstart. Wann der Stream losgeht, solche Sachen habe ich jetzt auch gesucht, aber auch nicht wirklich was gefunden. Ja, ja, allein das ist deswegen, ja das ist... Wie lange soll ich da hin und her schieben? Deswegen, das ist mir dann auch ein bisschen zu lange von der Zeit her. Aber davon ist einfach so, von dem Aufwand dauert mir das einfach zu lange, bis ich dann alle habe. Aber die Playlist ist ja, ähm, bei den YouTube-Videos nachher mit drin. Wann ich ja nur vom ETS kopieren. Das sind ja die drei Playlists, die du mir geschickt hast. Mal gucken wir mal, ob wir das bis 19 Uhr hinkriegen. Wir haben ja noch eine halbe Stunde, um die Tour dann fertig zu machen. Die muss heute fertig, das geht nicht anders. Toll, jetzt kommt das Spiel mit Elements. Jetzt weißt du, wo es keiner gebrauchen kann. Ja, müssen wir doch mal gucken, wie wir das dann machen. Was machst du jetzt, wenn du eine Riese jetzt durch hast? Wir sind jetzt bei Cyberpunk, da habe ich jetzt auch noch nicht reingeguckt. Müsste ich mir auch die voll normale angucken, wenn die dann da sind. Ich gucke mal unten relativ viele Videos, äh, durcheinander deswegen. Sind schwierig. Das ist eine gute Idee, das mit dem Nachher erzählen. Das ist eine super Idee. Ach, Duku, wo du gerade da bist. Ähm, wir machen im Mai, ich weiß noch nicht wann, aber im Laufe Mai, ich denke mal die erste oder zweite Samstagswoche, werden wir mit der Talkrunde anfangen. Ähm, da müsste ich auch noch ein Video mitmachen, wenn du Bock drauf hast und Zeit hast, können wir dann, äh, kannst du ja mitmachen. Kannst du das ja mit auf deinen BUDs mit draufpacken. Hast du mit Panam angefangen? Ah, okay. Bin ich ein bisschen früh mit Panam anzufangen? Boa, Judy, hast du ja jetzt so weit, ne? Da hast du die Romanzen noch nicht am Laufen. Panam steht nicht auf vorne. Das funktioniert nicht, die lehnt das nämlich ab. Du kannst auch, du kannst auch den, den, den River, kannst du auch mal zusammen versuchen zu küssen und er fragt dann, was das dann werden soll. Kronk hat's gemacht. Und ich dachte mir, nein, warum, warum? Ähm, ich glaube, du ziehst zu schnell die Hauptquests nach. Also, du bist da zu schnell mit, glaube ich. Also, ich habe damals, bevor ich nach Panam gegangen bin, habe ich die Romanzen mit Judy so weit gehabt, dass die auch ein Paar waren. Also, dass die auch die, die gemeinsame Nacht, sag ich jetzt mal, äh, schon fertig hatte. Bin dann erst nach Panam und wenn Panam dich fragt, hast du dich jemanden, ähm, dann kannst du sagen, ja, vielleicht, weil du nicht weißt, ob das in dem Moment auch schon, äh, bester Romanz ist. Hä? Ja, so trotzdem. Okay, die hatte ich damals nicht. Ja, okay. Naja, das ist dann, ist das ein Standard und weil es ist egal, wie weit du bist mit den Leuten. Wichtig ist aber, dass du, wenn du spielst, dich richtig entscheidest am Ende. Wenn du die Enden machst. Ja, dann muss ich dir ja sagen, welches Ende er nehmen muss, damit er das beste Ende bekommt. Ich will deswegen mal gucken. Alex hat ja auch keine Ahnung, weil er noch nie so weit Cyberpunk gespielt hat. Venom ist ein Charakter, den du dann bekommst, wenn du den männlichen Vieh spielst und bekommst du sie als Partnerin. Venom und, äh, Judy sind die geilsten Charaktere in dem ganzen Spiel. Also, finde ich zumindest. Judy ist die, äh, ähm, BD-Spezialistin. Und, äh, die Autotoler, die du meinst, das ist, äh, Claire, die mal ein Mann war. Wo ich direkt gedacht hab, das war, das ist, direkt wo ich das die erste Mal gesehen hab, wo wir die gesprochen haben, hab ich mir direkt gedacht, das ist definitiv ein Mann mal gewesen. Definitiv. Und sie sagt es dir nachher auch. Aber ich fand Claire von Anfang an, wo ich die gesagt hab, ich hab mir gedacht, alter, beste Baki war sofort. Hübsche Frau, cooler Charakter, läuft bei der, Kfz, in Polen, wo ich da, genau, Kfz, Frau, weiße, schreibt an dem Autotol, wo ich mir dachte, ist das, ist das eine Möglichkeit, mit ihr eine Romanze anzugehen? Nein, leider nicht. Hm. Ertu weiß das mit dem Kfz-Mechatroniker. Apo, Winterreifen, du hast jetzt neue Reifen mal geholt? Welchen Tugel mal im Polen ab, Altwetterreifen zu holen, was wir wahrscheinlich auch dringend machen werden. Hm. Ah, okay. Vielen Dank. Ich glaube, der ist auch nicht sehr auf dem Discord aktiv, hat der Tugum mal gesagt. Der ist ja auch im Discord auch nicht so aktiv, hat er es ja mal gesagt. Der ist ja mit anderen Dingen momentan beschäftigt. Hat er denn mal bei The Forest reingeguckt, hat er mal was gesagt, ob das was für ihn ist? Ah, okay. Ja, ich habe das auch zwischendurch immer an. Ich habe ja auch Discord mittlerweile auf dem Handy, dass wenn was ist, dass ich das auch mitbekomme. Sag mal Toge, kannst du, wenn ich dir ein Bild schicke, kann man das so umwandeln, dass das transparent ist? Also ich bräuchte da was für zum Beispiel so ein Follower-Logo, dass das Herd rausgeht und sagen wir mal zum Beispiel ein Totenkopf dann erscheint. Kannst du sowas? Ja, weil ich habe da kein Händchen für. Ich habe da von sowas keine Ahnung. Und jetzt hat er ja so ein bisschen besser drin. Ja, dass man das, also dann kann man das als Follower-Symbol reinmachen und sonst braucht ich dann alles so Scriber-Bild, so wie früher. Weil nur das halt gut. So mit der Nase, wo er aus dem Häuschen guckt, das wollte ich wieder nehmen. Wir gucken mal, ob wir das Bild irgendwo finden. Das können wir auch als Raid-Symbol nehmen oder als Host-Symbol. Mal gucken, kommst du. Er ratet dich jemand. So, wir haben noch 84 Meilen vor uns und dann können wir gleich Safari spielen. Also ich denke mal so fünf bis zehn Minuten brauchen wir auf jeden Fall noch. So schnell fahre ich jetzt nicht. So. 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 Streamplan, wir haben... Ich muss mal nachher vorlaufen, welche Schicht der nächste Woche hat. Also Montag und Dienstag haben wir ab 16 Uhr Kingstag auf Amalu eingeplant. Mittwoch, Donnerstag, Skyrim, Freitag, Dragon Age. Freitag ist übrigens Feiertag, ganz wichtig. Und Sonntag ist... Ostersonntag. Wollen, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Ostersonstag, gibt es das? Nein, ne? Gab es mal. Ah, okay. Du, ich darf nicht auf die Wiegestation fahren. Samstag ist alles offen, okay. Ja, ich hab gesagt, wir fahren Mittwoch einkaufen. Komplett für die Woche. Man kann jetzt nur noch Samstag was wollen, aber Samstag wird das im Höllen voll sein. Das ist brechend voll wahrscheinlich. Und jetzt fängt das natürlich alles wieder an mit Urlaub. Also nächste Woche sind schon die ersten im Urlaub. Wobei das auch gar nicht so schlecht ist. Wir haben schon wieder angeblich Materialmangel. Wir haben kein Material bekommen die Woche. Ähm, es sind viele nach Hause gegangen, weil nichts da ist. Angeblich sollte da schon nichts da sein. Das ist, äh... Die anderen sagen, das ist durch die QS gesperrt. Wegen irgendwas. Keine Ahnung. Und so, okay, das braucht ja auch nichts. Überlegen am Karfreitag mal einen längeren Stream zu machen. Also ich hatte es eigentlich mir gedacht, weil ich muss eh wach bleiben, weil ich hab Montagabend Nachtschicht. Und deswegen wollte ich dann so lange wie möglich wach bleiben. Ach, da wird auf Freitag sehr viel Dragon Age gespielt. Wahrscheinlich auch nur Dragon Age. Vielleicht, wenn ich immer merke, ich hab keinen Bock mehr, dann hör ich auf. Ähm, ich werde mir aber deinen Stream dann aufs Handy aufmachen, damit ich das nebenbei gucken kann. Ich will sie. Ich tu dann von mir zwei Dosen Red Bull und dann fliegt er durch Resi. Ja, ich muss mal gucken. Wegen der Playlist. Ich muss dann nachher noch mal reingucken. Da hab ich auch, damit ich mal auf dem aktuellen Stand bin. Da steht's am Herzkoller, ja. Also ich hab schon meine zweite Dose heute übrigens. Ich hab hier noch einen Kaffee stehen. Hier. Ja, ich bin ja einiges gewohnt durch die Nachtschicht allein schon. Also es ist definitiv kein LKW übrigens für mich. Ich kann mich ja dann retten mit genug Energy Drink, dass du dann wiederkommst. Der erste Battle rettet mit Energy Drinks. Das ist auch so ein Unterschied zwischen sehr leicht und normal. Gibt es nur sehr leicht und normal? Achso. Ja, hast du mir auch erzählt, dass man den freistellen muss. Kommst du als Zombie wieder gut? Wenn du als Zombie dann genauso gut bist wie als Nicht-Zombie, dann behalten wir dich dann auch. Aber, ähm, ich weiß nicht, wie wir dich füttern sollen. Also, du kannst ja die ganzen schlechten Menschen auf der Welt dann futtern. Aber wir, die werden auch zu Zombies. Dann haben wir ein Problem. Wie bist du gefüttert wie bei The Walking Dead? In der Scheune. Doch, die Alte hat die Hühner geschlagen und hat die Zombies in der Scheune gefüttert. Ja, wo sie bei dem, äh, Doxin, mit dem, der, 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 der Tierarzt ist. Wie hieß der denn nochmal? Herschel. Ja, doch. Die hätten in der Zäune schon ein bisschen. Die Alte hat die Hühner geschlachtet und die damit gefüttert. Und Karl fragt noch, wo die ganzen Hühner sind. Auf Herschels Farm. Ja, genau. Normal, ein, äh, einfach, sehr einfach nach dem ersten Mal durchspielen, habe ich jetzt Schwer freigespielt. Das heißt, du müsstest jetzt, wenn du auf Schwer spielst, würdest du dann Veteranen freischalten. Und wir sind übrigens da. Äh, in der Scheune war auch das Mädchen, die gesucht haben. Ja, genau. Also, ich meine, ja. Ich habe mich, ich kann die Folgen sogar so nicht gucken, weil es alles auf Netflix ist. Glaub ich. Netflix hat das gesagt, ne? Hä? Disney mittlerweile. So, Togo, wenn du gleich so weit wärst, würde ich sagen, wir schwimmen unseren schönen, attraktiven Arsch gleich in meinen Discord. Und, äh, treten ein paar Leute in den Arsch in The Forest. Dann würde ich Minecraft auf morgen verschieben. Mach das. Dann kann ich in der Zeit auch nochmal eben, äh, aufs Klo gehen, alles umstellen. Dann haben wir gerade mal zwei Folgen, ne, drei Folgen Ars haben wir hinbekommen. Wir sind auch sehr lange Touren gefahren, ne? Wir haben auch jetzt um 10 nach 5 angefangen. Oder um 10 nach 5. Der Baum fällt, eins von 8 haben wir gerade bekommen. Level 6 übrigens. Wir sind Level 6. Höre Vergütung, höre Vergütung. Boah, schwierig. Was nehmen wir denn jetzt? Wir könnten das nehmen. Ja, also, wir können mal gucken, ob wir welche freigeschaltet haben. Wir haben jetzt 90.000, aber wir sind immer noch nicht so weit, dass wir, ähm, das machen können. Was haben wir hier? 13, 13, 13, 12. Man kann natürlich auch sagen, man stellt das alles ein nach. Wir möchten nur, ähm, ADR. Es gibt keine ADR momentan. Ich wollte zu wenig Möglichkeiten davon haben. Gut.